Heiko hat mit Apple-Aktien über 1000% Rendite erwirtschaftet. Ein super Erfolg. Allerdings ist diese Apple-Aktien-Position jetzt so groß, dass es im Gesamtportfolio auch ein riesengroßes Klumpenrisiko ist. Und was Heiko jetzt dagegen tun kann und wie er sein Portfolio insgesamt vielleicht neu aufstellen könnte, das erfahrt ihr im heutigen Portfolio Review. Viel Spaß! So, heute geht es um das Portfolio von Heiko. Und wie immer am Anfang der obligatorische Hinweis, diese Videos sind natürlich keine Anlageberatung und auch keine Anlageempfehlung. Wir schauen gemeinsam in die Portfolios von extra ETF-Finanzmanager-Nutzern und wollen aus deren guten Entscheidungen, aber vielleicht auch schlechten Entscheidungen lernen, um selbstständig dann bessere Anlageentscheidungen zu treffen. Und auf die Reise in Heikos Portfolio, da nehme ich euch jetzt mit. Und wir schauen uns dazu natürlich zunächst mal ein bisschen was über Heiko an. Heiko ist 61 Jahre, er ist Freiberufler, er selbst definiert sein Anlageziel als Altersrendite oder Sicherung der Altersrendite. Und seine Anlagestrategie beziffert er oder zeichnet er mit global mit Dividendenrendite. Sein Einkommen ist 5000 Euro, er hat eine überschaubare Sparplanrate von 10%, also ungefähr 500 Euro. Und er möchte für mich insgesamt ein Feedback zu seinem Portfolio haben, wie immer. Und auch nochmal explizit unter dem Fokus Diversifikation. Und dann, was ganz witzig war, Fun Fact über Heiko, er hat auch in seinem Bestand noch Wirecard-Aktien. Und da ist er selbst auch reingefallen, sagt er selbstkritisch, obwohl sogar sein Freund als Wirtschaftsprüfer arbeitet. Und ich glaube, sie haben über das Thema damals auch gesprochen. Aber naja, so ist es halt. Man kann nicht immer perfekte Anlageentscheidungen treffen und bei der Einzelaktienauswahl, da hat man natürlich dann auch einige Chancen, aber eben auch erhöhte Risiken. Und so ist es eben Heiko dann bei dem Investment in die Wirecard-Aktie ergangen. So, aber springen wir doch am besten mal direkt in Heikos Portfolio. Und hier seht ihr, er ist beim Smart Broker Plus, bei Trade Republic und dann hat er noch bei drei Banken, bei Bunk, Renault und Wilby. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das wirklich eine Bank ist. Auf jeden Fall hat er da drei Festgelder bzw. Tagesgelder noch angelegt. Insgesamt hat er ein Portfoliovermögen von 450.000 Euro. Wenn man aber noch die Cashquote mit dazu rechnet, dann hat er insgesamt ein Gesamtvermögen von 661.000 Euro. Also auch schon sehr ordentlich. Auch hier sieht man, sein Portfolio ist in 38 Wehrpapiere aufgeteilt. Also, naja, ich bin ja immer der Fan von Simpel, da halten das Portfolio. Werden wir gleich sehen, wie Heikos Portfolio ausschaut und welche 38 Positionen das wirklich im Portfolio sind. Schauen wir uns mal die Wertentwicklung an, weil die ist eigentlich auch ganz ordentlich. Also auch hier ein positiver Ertrag. Das Portfolio schwankt relativ stark. Das sieht man, ist allerdings auch eine sehr kurze Historie. Ich denke, das hängt damit zusammen, weil er sein Depot zum Smart Broker Plus umgezogen hat und dann erst seit November die Depot Performance trackt. Aber Stand November 23, Stand heute, hat er also 11% mit seinem Portfolio gemacht und ja, das ist ja noch nicht mal ein Jahr. Also insgesamt würde ich sagen, eine ganz ordentliche Rendite, die Heiko da mit seinem Portfolio erzielt hat. Schauen wir uns mal die Einzelpositionen an. Hier fällt natürlich das im Intro schon angesprochene extreme Übergewicht von den Apple-Aktien an. Über 35% als Einzelposition machen die Apple-Aktien in seinen Bestand aus und dann eine ganze Menge weiterer Wertpapiere, ETFs, aktiv gemanagte Fonds, Einzelaktien. Aber da gehen wir jetzt gleich nachher nochmal Schritt für Schritt durch die einzelnen Positionen durch. Schauen wir uns die Positionen mal an. Gehen wir mal kurz in den Fondsbereich rein. Hier sieht man Allianz Wachstum Europa, Siemens Qualität und Dividende Europa und noch Vermögensmanagement Balance. Das ist ein Fonds von der Allianz, der in Aktien und Anleihen und alternative Investments investiert. Den haben wir leider bei uns nicht in der Datenbank. Ich habe den extra gerade mal auf der Webseite nochmal angeschaut. Da ist mir nur aufgefallen, der hat sehr, sehr hohe laufende Kosten. Und da gibt es aus meiner Sicht garantiert attraktivere Multi-Asset-ETFs, also sogenannte Portfolio-ETFs, die mehr oder weniger das Gleiche anbieten, aber mit ungefähr einem Zehntel der Kosten. Deswegen werde ich jetzt gar nicht so sehr auf diese Produkte hier eingehen. Der Siemens Qualität und Dividende ist jetzt im Gesamtkontext auch keine so große Position, macht 2% des Portfolios aus. Der Allianz Wachstum macht auch 2% des Portfolios aus und der Vermögensmanagement Balance 5,7% des Portfolios. Ganz ehrlich, da bin ich auch wieder der Meinung, verkauft diese Kleinstpositionen, weil sie im Gesamtkontext bei 600.000 Vermögen machen halt einfach, sagen wir mal, rund 30.000 oder 38.000 Euro sind es, machen jetzt nicht so viel in der Summe aus, ja, lieber dann diese Werte verkaufen und in andere ETFs oder andere Aktien, je nachdem, was er da für eine Strategie dann fährt, investieren. Aber diese Mischmasch von Kleinstpositionen finde ich einfach nicht sinnvoll, macht es unnötig kompliziert. Und am Ende, werden wir nachher auch gleich sehen, investieren die ETFs sowieso alle in die gleichen Aktien. Also es macht einfach in den meisten Fällen keinen Sinn. Schauen wir uns zunächst die Einzelaktien an. Hier fällt natürlich das extreme Übergewicht der Apple-Aktie auf, ja, über 142.000 Euro Gewinn gemacht mit einer Einstiegswert von 12.800 Euro, also 1.100% Rendite. Ist natürlich sensationell, wenn diese Zahlen hier, die er erfasst hat, auch so korrekt sind. Ich gehe mal davon aus, das sind sie. Also eine tolle Entwicklung, auch MECI, 400% Rendite, wirklich super gemacht. Und da sieht man schon auch, ja, langfristige Geldanlage, wie aus kleineren Positionen dann doch große Positionen werden können. Also wie gesagt, Einzelaktien machen ja grundsätzlich Sinn, wenn man auch die richtigen Einzelwerte setzt und die dann auch sich perfekt nach oben entwickeln, ist es natürlich hervorragend. Aber es gibt halt auch dann zum Beispiel sowas wie Paypal, die haben halt 50% Minus oder sowas wie die Lufthansa, die hat halt 70% Minus. Und es ist immer das Gleiche, was ich sage. Es macht natürlich Sinn, in Einzelwerte zu investieren, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man auf so einen super Highflyer setzt, der sich über Jahrzehnte so stark entwickelt, ist halt relativ unwahrscheinlich. Oder man muss einen sehr langen Atem haben. Und während dieser Zeit können so viele Meldungen passieren, so viele emotionale Trigger, dass man dann vielleicht nochmal nachkauft, dann wird die Position zu groß. Oder man verkauft, weil man irgendwie eine schlechte Nachricht hat, aber eigentlich wäre es besser gewesen. Und diese ganzen Störgeräusche machen es aus meiner Sicht eben unheimlich schwer, dann wirklich langfristigen Vermögensaufbau zu betreiben mit Einzelaktien, unabhängig mal von den Risiken. Weil es ist einfach ein Unterschied, ob ich jetzt mit einem MSCI World oder All Country World in 3.000, 4.000 Aktien investiere und die einzelnen Werte auch gar nicht sehe, aber weiß, ich bin in einem Markt investiert und kann an der Entwicklung der Wirtschaft teilhaben. Oder also, ob ich in 20 einzelnen Aktien investiert bin und in jede einzelne Aktie jeden Tag irgendeine Meldung rauskommt, ich irgendwo was lese, irgendwo ein Video sehe und so weiter. Und das immer triggert irgendwelche Gedankenanstöße und ich dann vielleicht doch verleitet werde, irgendetwas zu tun, was ich vielleicht gar nicht möchte. Also das sind die großen Gefahren, wenn man die in den Griff kriegt für sich und das in seine Strategie einbindet, dann passt das ja. Aber das würde ich jetzt mal unterstellen, das können die Wenigsten und so diszipliniert sind auch die Wenigsten. Deswegen immer lieber in ETFs investieren und da einfach ein bisschen Ruhe in die Geldanlage bringen. Geldanlage ist ja nicht dafür da, um sich auf die Suche zu machen nach den nächsten 1.000%er. Geldanlage ist dafür da, aus meiner Sicht, und hier geht es ja auch um die Altersvorsorge, an den 7%, die der weltweite Aktienmarkt jedes Jahr erwirtschaftet, im Schnitt über die letzten, keine Ahnung, 100 Jahre. Diese 7% will ich haben und die reichen vollkommen aus, um richtig gut Geld zu verdienen. So wie Warren Buffett das gesagt hat, kaufen Sie einen S&P 500 ETF, lassen Sie den laufen und die Sache ist erledigt. Und das könnte man heute vielleicht aus europäischer Sicht nicht nur auf amerikanische Aktien sich beziehen, sondern vielleicht auf weltweite Aktien. Das zu niedrigsten Kosten und dann wird man auch an ein sehr, sehr erfolgreiches Ziel kommen, weil auf dem Weg nach den 1.000%er Aktien gibt es halt immer auch viele, die dann eben die minus 50, minus 80% der Aktien sind. Und am Ende bleibt dann im Zweifelsfall dann doch wieder nur der Schnitt von 7% da. Also warum den ganzen Aufwand? Dann lieber gleich in ETFs investieren. So, schauen wir uns aber mal hier nochmal einzeln durch. Gibt es hier noch irgendwelche Sondersituationen? Ja, es sind auch immer die Klassiker. Es ist BlackRock, es ist JP Morgan, es ist VW, es ist Microsoft, Apple, Paypal, BMW. Also ihr seht ja schon, diese ganzen Aktien Amazon, mehrmals drin, weil wir hier zwei Portfolien miteinander vergleichen. Ihr seht schon, diese ganzen Wertpapiere kommen eh immer wieder in den Top 10 Holdings bei den einzelnen ETFs vor. Wenn ihr da meinen Videos hier folgt und wir schauen uns einzelne Portfolios aus, es sind immer die gleichen Aktien. Das sind immer die gleichen Aktien, die in den ETFs, in den Top Holdings auch drin sind. Also warum dann noch die einzelnen Aktien? Genau, heute werden wir uns aber bei Heiko's Portfolio explizit das Thema Apple nämlich nochmal anschauen. Und das wird dann nämlich auch nochmal deutlich, wenn wir uns jetzt dann gleich die ETFs anschauen. Deswegen springen wir jetzt in die ETFs. Und auch hier, man muss sagen, es sind ja wieder zwei Portfolien, deswegen haben wir da ein paar Publetten drin. Eine Menge an verschiedenen ETFs, wir gehen sie nur mal so ganz kurz durch. Auch die Klassiker, globale Dividenden, MSCI World, All World, also mit Industrie und Schwellenländer. US-Dividenden, dann globale Dividendenaktien, europäische Aktien, S&P 500, MSCI World, MSCI USA, Amundi S&P 500, iShares S&P 500, nochmal ein MSCI World. Dann die Defense, also Rüstungsaktien haben wir auch schon mal gehabt. Goldminenaktien, dann noch Gold extra, dann nochmal USA, amerikanische Aktien und nochmal amerikanische Aktien und den kenne ich jetzt nicht, den ETF. Und da seht ihr schon so viele Dubletten auch innerhalb der einzelnen Produkte, die jetzt nochmal besonders deutlich werden, weil wir die, ich habe eine eigene Ansicht kreiert für diesen Review. Und da kann man die Dubletten nicht rausnehmen, in der Gesamtansicht kann man die rausnehmen. Deswegen schauen wir uns jetzt nochmal ganz kurz die einzelnen Portfolios an. Schauen wir uns das Trade Republic Depot an. Also hier sehen wir den FTSE All World, globale Dividendenwerte, den MSCI Europe, USA, World, USA, USA, USA und dann noch Amazon, Apple und so weiter und Microsoft. Also so viele Dubletten in diesem Portfolio, das schließt sich mir nicht, weil bei ETFs muss man keine Anbieterstreuung machen. Also man muss nicht verschiedene ETFs von unterschiedlichen Anbietern auf den gleichen Index nehmen, weil es ja eh alles Sondervermögen. Es reicht oder es ist bestens, den besten ETF auszuwählen anhand der Performance oder anhand der Tracking-Differenz. Aber so eine Mischung, das auf verschiedene Anbieter zu verteilen, verstehe ich nicht, macht keinen Sinn. Kann man machen, kostet bei Trade Republic nichts, aber erhöht die Komplexität, finde ich also nicht so sinnvoll. Und wenn man sich dann das andere Portfolio nochmal kurz anschaut, beim Smart Broker, da ist es dann ähnlich. Ich gehe jetzt da auch nochmal auf die Aktien. Hier haben wir eigentlich das gleiche Bild. Wir haben globale Dividendenaktien, MSCI World, globale US-Dividendenaktien, MSCI World, S&P, S&P. Also ihr seht in den Portfolios, die gleichen Dubletten würde ich nicht machen. Und was das dann bedeutet in der Konsequenz, das sehen wir uns dann in der Allokation, in der Gesamtheit mal an. So, hier sieht man erstmal 63% Aktienquote, das passt ja, minimale Rohstoffe, Geldmarktinstrumente, das ist das, was er auf den Tagesgeldkonten hat. Also sagen wir mal so rund 60, 40 Aktienanleihen-Geldmarktquote. Dann setzt der Großteil auf die Aktien, 58%, 32% die ETFs und noch 10% die Fonds, die haben wir ja alles schon besprochen. So, und was auffällt, er hat so gut wie K keine Schwellenländer. Ja, also das haben wir auch schon mehrmals thematisiert, da ist ja die eine Meinung, die sagen, warum Schwellenländer, die haben in den letzten Jahren keine Rendite gebracht. Das war erst wieder letztens in dem Gerd-Kommer-Interview. In den letzten Portfolio-Reviews ging es auch immer um dieses Thema. Warum in Schwellenländer, wenn die keine Performance bringen, lieber doch gleich alles in den Industrieländer? Schrägstrich heißt aber eigentlich in USA Aktien, weil da spielt die Musik. Das war in den letzten 10 Jahren so oder länger. Heißt aber nicht, dass es in der Zukunft auch so ist. Und natürlich kann man erstmal den Zug so weiterfahren, aber man muss auch darauf achten, dass man dann den Switch schafft. Und das ist eben die große Herausforderung. Ich glaube, dass es den meisten eben nicht gelingt, deswegen lieber gleich breit streuen. So, dann schauen wir uns mal an. Natürlich hat das Portfolio einen sehr, sehr hohen USA-Anteil, klar. Und ansonsten verteilt es sich so dann auf die einzelnen Länder. Deutschland, weil er ein paar Einzelaktien hat, ist dann der zweitgrößte Anteil. Wir gehen gleich mal auf die Regionen und hier sieht man Nordamerika, also inklusive Kanada 71%, Europa 18% und Asien-Pazifik und die restlichen gar nicht. Also hier fehlt definitiv eine Allokation und das war ja seine Frage, Feedback zum Thema Diversifikation. Hier fehlt definitiv Asien und der asiatische Raum vor allen Dingen. Und vielleicht Pazifik könnte man auch noch reinmischen. Aber das gelingt in der Regel, wenn man den einen oder anderen Asia-Pazifik zum Beispiel ETF kauft, dann hat man die asiatischen Länder und die Pazifik-Region auch noch mit dabei. So, jetzt ist das Portfolio natürlich sehr technologielastig und das zieht sich jetzt durch wie ein roter Faden. Das liegt alles an Apple. Schaut euch mal die größten Einzelpositionen an. 36% macht die Apple-Aktie in seinem gesamten Vermögen. Wenn man uns das jetzt mal anschaut, 35% macht die Apple-Aktie im Bestand aus und dann in allen anderen oder nahezu allen anderen ETFs ist die natürlich auch noch enthalten. Natürlich entsprechend weniger, aber es summiert sich natürlich. Und da muss man sich doch dann fragen, wenn ich schon so viel in Apple-Aktien investiert bin und ich kaufe mir dann auch noch sehr viele Industrieländer-ETFs und setze nochmal on top USA-ETFs, dann würde ich doch vielleicht mir überlegen, wirklich gezielt da nochmal den einen oder anderen Markt mit dazu zu nehmen, der eben nicht so stark beeinflusst wird von der Apple-Aktie. Ja, weil entweder muss ich mir überlegen und ich kann mir vorstellen, dass ihm da halt, ja, warum auch immer sehr viel dran hängt sozusagen an der Apple-Aktie. Und das ist ja auch eine tolle Entwicklung und wenn die sich jetzt weiterentwickelt und das Unternehmen ist ja auch super, dann hat er halt einen riesengroßen Hebel drin, weil er eben so eine große Position hat. Kann man ja machen, aber dann würde ich doch eher bei den anderen Anlagen vielleicht sowas wie Europa oder Asien, wie schon erwähnt, reinpacken und nicht nochmal amerikanische Einzelwerte beispielsweise, um da nicht das Gewichtung in Technologie- und im USA-Bereich auch noch zu erhöhen. Alternativ, ich habe das vorhin mal ausgerechnet, ja, ich schaue gerade mal hier auf meinen Rechner. Das Problem ist nämlich, ja, diese 36% Gewichtung heißt in effektiven Euro, dass er über sein Einzelinvestment plus die ganzen ETFs 162.000 Euro in der Apple-Aktie investiert hat. Würde die jetzt, warum auch immer, um 20% fallen, dann hat er halt, ja, sagen wir mal, rund 32.000 Euro Verlust nur durch die Apple-Aktie. Das ist schon ein brutal großes Klumpenrisiko, was er da hat. Ich verstehe das, es ist eine super Entwicklung und da, wenn er jetzt was verkauft, muss er auch Steuern bezahlen und so weiter. Aber es ist schon echt risky. Also es hängt halt einfach 40% des Portfolio-Vermögens an einer einzelnen Aktie. Da würde ich mir wirklich genau überlegen, wie ich damit umgehe. Mir persönlich wäre das zu hoch. Er ist jetzt 61, wenn ich mich recht entsinne. Warum auch immer irgendwas mit Apple passiert, dann ist ein großer Teil seines Vermögens, sagen wir mal, in Mittellandschaft gezogen worden. Und das ist eigentlich nicht notwendig, ja, weil keiner verleiht ihm einen Preis, dass er jetzt die nächsten 1000% auch nochmal mit Apple verdient. Sondern es geht darum, ein stabiles Vermögen aufzubauen, um zum Beispiel hier seinen Lebensabend zu finanzieren. Und da wäre mir das Risiko einfach zu groß. Genau, das zieht sich dann auch durch. Wenn ich mir die Amazon anschaue, ist natürlich in allen ETFs drin. Die MECI ist nur als Einzelaktie drin, aber die Microsoft ist in allen ETFs drin. Also das zieht sich dann so durch. Da sind die Gewichtungen natürlich jetzt nicht so groß. Wenn man jetzt aber die Apple-Aktie da rausrechnen würde, dann steigen die Gewichtungen natürlich entsprechend stark an. Also insgesamt hat er halt einfach ein sehr, sehr großes Gewicht in USA und Technologiewerte. Und da würde ich ansetzen und würde hier wirklich versuchen, das Klumpenrisiko rauszunehmen. Bei den Aktienanlagestilen sehen wir hier natürlich große Aktien mit 70%. Auch wieder hier Small Cap ganz wenig gewichtet und von der Ausrichtung in Value Blend Growth ist es gut verteilt. Da gibt es keine großen Klumpenrisiken. Das ist schon mal gut. Aber dieses Thema Small Cap ist wirklich ein Thema, was sich auch durch alle Portfolio-Reviews zieht. Es sind immer viel zu wenig Small Cap Aktien in den Portfolien und die Small Cap Aktien helfen wirklich, das Portfolio massiv zu diversifizieren. Ich glaube, ich werde zu dem Thema Small Cap ETFs nochmal ein eigenes Video machen, weil ich glaube, da ist noch eine Menge Aufklärungsbedarf da, wie man ein Portfolio durch die Beimischung von Small Cap ETFs nochmal deutlich diversifizieren kann. So, dann schauen wir zum Schluss noch in den Ausschüttungsbereich rein. Ja, wenig verwunderlich, dass die Aktien und ETFs, die er da im Bestand hat, entsprechende Ausschüttungen zahlen. Er hat ja jetzt quasi erst angefangen, deswegen gibt es da noch nicht so viele Ausschüttungen. Aktuell schaut es danach aus, dass er so um die 600, 700 Euro pro Monat zusätzlich an Rendite aus seinem Portfolio verdienen kann. Ist übrigens auch nochmal ein Punkt, weil wenn man sich mal die Apple-Aktie direkt anschaut, gehen wir mal ganz kurz auf die Apple-Aktie, die hat momentan eine Dividendenrendite von 0,43%. Das ist natürlich super wenig im Verhältnis. Würde er dieses Kapital zum Beispiel in einen breit gestreuten, meinetwegen S&P 500 ETF investieren oder den MSCI World, da hat man so Renditen zwischen 2 und 2,5% Ausschüttungsrenditen, da würde er natürlich deutlich mehr an regelmäßigen Ausschüttungen bekommen als über die Apple-Aktie. Also das wäre auch nochmal unter dem Aspekt vielleicht ein Gedanke, den man vornehmen könnte. Wohl wissend, dass er aber natürlich dann entsprechend bei einem Verkauf dieser Position sehr viel Steuern zahlen muss. Genau, das war schon der kurze Portfolio-Review von Heikos Portfolio, dem 1000% Apple-Aktien-Portfolio. Auch dir, Heiko, erstmal herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen Entscheidung. Aber du hast auch viele andere Aktienentscheidungen getroffen, Einzelaktienentscheidungen, die sich nicht so toll entwickelt haben, aber es hat sich ja unterm Strich dann trotzdem für dich gelohnt. Dein ETF-Portfolio finde ich ein bisschen, sagen wir mal, unstrukturiert. Da sind sehr viele Dubletten drin. Du hast dir vielleicht das eine oder andere dabei gedacht. Falls der Gedanke war, Emittenten streuen, würde ich in dem Fall bei ETFs nicht machen. Such dir lieber nochmal den besten S&P 500 ETF raus und dann allokiere in diesem ETF dein Vermögen. Das macht es viel einfacher und am Ende kriegst du die gleiche Performance. Also diese Dubletten sind, glaube ich, bei den ETFs nicht so relevant. Es gibt den einen oder anderen Optimierungspotenzial, aber natürlich der größte Faktor ist deine Apple-Aktien. Und da hattest du ja so ein bisschen gefragt, was soll ich mit den Einzelaktien machen und wie soll ich dir die Diversifikation darstellen. Ich glaube, du musst dir da wirklich überlegen, wie du mit dieser Position umgehst. Ich persönlich würde dir da eher raten. Ich würde die abbauen, die Position, und zwar, weil du dein Alter angegeben hast. Das heißt, ich unterstelle jetzt mal, dass du einen Teil von dem Geld in deiner Rente brauchst. Das heißt, ich würde jetzt versuchen, sukzessive das Risiko runterzunehmen, auch wenn das einen steuerlichen Betrag natürlich auslöst. Aber irgendwann mal musst du es vielleicht eh versilbern und irgendwann mal können auch nicht 100% deines Vermögens in Apple-Aktien sein. Also früher oder später musst du da in den sauren, in Anführungsstrichen, Apfel beißen und könntest natürlich auch noch warten, bis du dann in Rente bist und dein Steuersatz sinkt. Dann musst du die nächsten Jahre halt einfach sehr genau monitoren und da wirklich sehr genau aufpassen, was passiert. Das Blöde wird halt einfach nur sein, wenn am Kapitalmarkt mit Apple irgendwas passiert, aufgrund der hohen Bewertung des Unternehmens und auch immer noch der hohen Erwartungen der Aktionäre an das Unternehmen, kann es halt mal sein, dass es dann auch sehr, sehr schnell geht. Wissen wir alles nicht. Ich weiß es natürlich auch nicht. Aber diese Fragestellung mit 36% Apple-Aktien in deinem Portfolio, das ist die zentrale Frage, die du dir überlegen musst. Und ich tendiere, wie gesagt, eher dazu, Risiko zu reduzieren. Aber das ist natürlich deine Entscheidung. Wie ist denn eure Meinung zu diesem Thema? Schreibt doch auch gerne mal einen Kommentar in das Video, weil ich denke mal, klar, der Steuernachteil ist relevant. Aber wie würdet ihr diese Sache denn regeln an Heikos Stelle? Würdet ihr jetzt da aktiv werden? Würdet ihr die Dubletten rausschmeißen? Also wie seht ihr das Ganze? Ich hatte es beim letzten Portfolio-Review-Video auch schon gesagt. Ich weiß, dass die Reviewten gerne die Kommentare lesen. Also schreibt da gerne euer Feedback rein und eure Meinung dazu. Ich kann ja auch immer nur einmal kurz drüber schauen und dann meinen Senf dazugeben. Und wenn ihr da eine spezielle Meinung habt oder nochmal einen anderen Aspekt reinbringt, würde ich mich auch sehr freuen drüber. Und natürlich in dem Fall Heiko auch. Ja, das war es mit dem aktuellen Portfolio-Review. Danke für eure Aufmerksamkeit. Viel Erfolg weiterhin bei euren Börsengeschäften und bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr das Video mögt, dann liked es, abonniert den Extra ETF YouTube-Kanal, damit wir uns dann bald wieder hier sehen auf dem Kanal von Extra ETF. Bis dann. Ciao.